Rülpsende Kühe. Klima des Zorns. Den Klimawandel bekämpfen heisst CO2, also Kohlendioxid, reduzieren. Dabei geht Methan meist vergessen. Das Gemisch aus Wasserstoff und Kohlenstoff ist noch viel klimaschädlicher als CO2. Es wird vor allem in der Landwirtschaft freigesetzt, wenn Rinder rülpsen zum Beispiel. Sorry, aber seit wir gestern wieder mit solchem Riesen-Mainstream-Bullshit überhäuft wurden, kann es für mich einfach genau so lange keine Normalität mehr geben, bis ich mir gerade hier die nötige Luft wieder verschafft habe. Und ich frage mich, warum, verdammt nochmal, geht denn jetzt nicht ein einziger grosser Aufschrei quer durchs Land, wo doch wieder solch ein Klimawandel Irrsinn die Runde macht, wo internationale Energieagenturen, allem voran unseren Kühen wieder die Schuld für ihre propagierte Klimakatastrophe, in die Hufe schieben. Und diesmal bereits nicht mehr allein den Pupsenden, sondern nun auch noch den Rülpsen-Kühen sehen wir eigentlich komplett von Sinnen. Wie? Wie viel gebührenpflichtige, ich sage Mainstream-Scheisse, muss man uns eigentlich noch ins Gesicht schleudern, bis wir endlich alle aufwachen. Und ich sagte alle, hier braucht es doch täglich einen Sturm der Entrüstung, der Empörung, Zehntausende, Hunderttausende Protestbriefe an solche Medien in solchen Irrsinn verkünden. Versteht ihr? Kla.TV wird daher so lange die wahren Fakten und Zusammenhänge erwähnen, wie diese von den GZ-pflichtigen Medien verschwiegen oder immerzu verdreht werden. Ich repetiere mit euch, wenn irdische Lebewesen tatsächlich einen Klimawandel herbeiführen könnten, dann sicher nicht vor allem durch Darmabgase und Rülpsen von Kühen in der Landwirtschaft, versteht ihr, sondern doch zuerst einmal sicher durch die allesverseuchende Gewalt von z.B. nuklearen Waffentests. Wir haben darüber schon geredet. Zusammengenommen hatten doch schon allein die 520 der in Wikipedia vermeldeten nuklearen Explosionen in der Atmosphäre, acht davon unter Wasser, einen Detonationswert von mindestens 545'000 Kilotonnen. Nun, was in aller Welt bedeutet diese Zahl? Ein Vergleich mit der US-Atombombe auf Hiroshima erklärt uns die genaue Bedeutung, was das heisst. Diese nämlich von aller Welt gefürchtete Atombombe hatte einen Detonationswert von, ich sage jetzt mal lächerlichen, 12 Kilotonnen. Also 12 Kilotonnen gegenüber 545'000 Kilotonnen. Versteht ihr, die Atombombe auf Hiroshima war mit anderen Worten über 45'000 Mal schwächer als nur schon die 520 nuklearen Explosionen in der Atmosphäre und unter Wasser. Oder wieder mit anderen Worten, Hiroshima wurde seit 1945 weitere weit über 45'000 Mal allein in der Atmosphäre und unter Wasser wiederholt. Was für ein Einfluss auf unsere Welt, und zwar durch irrsinnige Wissenschaftler und Kriegstreiber. Und in dieser Rechnung fehlen aber noch immer mindestens 1680 nukleare Explosionen. Wahrscheinlich noch immer nicht übertrieben dürfte sogar die Schätzung sein, dass Hiroshima seit 1945 über 100'000 Mal wiederholt wurde. Überlegt diese Zahl, wie aber jedes Kind weiss, treiben vom Wahnsinn Getriebene ihre schlimmsten Werke stets im Verborgenen. Fügt man also die berühmte Dunkelziffer hinzu, dann steigt die wahre Zerstörung unseres Planeten noch einmal ganz erheblich. Hier müssen noch die unzählbaren Tonnen Uranmunition zum Beispiel erwähnt werden, die allein in den vergangenen Kriegen gegen Afghanistan, den Irak, Libyen, Jemen, Syrien usw. verschossen wurden. Vergleichen wir doch einmal den Grad der Umweltzerstörung jener mit dem der Kühe, der Autos, Fabriken usw., die durch unsere Massenmedien so oft und so gerne als Klimasünder gebranntmarkt werden. Er kennt doch den Unterschied der Umweltverschmutzung, sprich Klimabelastung zwischen einer einzigen 12-Kilotonnen-Bombe, wie der von Hiroshima, und der Umweltbelastung durch Kühe. Oder vergleicht Hiroshima einmal mit der Umweltbelastung an den verschmutztesten Orten der Welt von mir aus, wie sie über Jahre hinweg durch sämtliche Industrien, Fahrzeuge, Flugzeuge, Heizanlagen zusammengetragen wurden. Zum Beispiel hier China im Hintergrund, die USA und Indien, sie waren nebst ihren Atomtests überdies laut Statista 2016 noch für 50,44% der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich. Irrsinnigerweise, ja. Also ihre verschmutztesten Städte sehen in etwa so aus, wie ihr es im Hintergrund seht. USA, die Riesenstadt New York zum Beispiel, oder Indien, Delhi, China, Shanghai, vergleicht es. Er kennt den Unterschied der Umweltverschmutzung. Der französische Atomphysiker Jean-Noël Martin und Albert Einstein beantworten die Frage, ob die Atombomben am schlechten Wetterschuld sind, mit einem eindeutigen klaren Ja. Auch weltbekannte Wetterforscher aus Italien und Japan haben eindeutig diesen Explosionen die erste Schuld am anormalen Wetter gegeben, zum Beispiel. Warum also verweisen die GZ-pflichtigen Medien immer zuerst auf rülpsende Kühe? Das ist einfach nur ein Irrsinn. Wacht auf, ja. Martin und Einstein warnten dringend vor der Weiterführung solcher Bombenversuche, weil sie sogar weit mehr als nur den Klimahaushalt, der Natur stören und den Fortbestand der ganzen Menschheit gefährden. Einstein hat sich noch kurz vor seinem Tod vorbehaltlos hinter die Warnungen Martins gestellt und diese dadurch weltweite Bedeutung verlieren. Ich ziehe das Fazit aus dem Gesagten. Jetzt, wo gerade die neue US-Administration über Joe Biden die Klimahysterie mit Sicherheit wieder neu befeuern wird, lasst uns allen Völken zurufen, wer allem voran die wahren Klimasünder sind. Klimasteuern müssen daher prozentgerecht zuerst einmal von denen eingefordert werden, die nachweislich für die wirklichen Umweltzerstörungen verantwortlich sind. Auch auffällige Klimareparationszahlungen dürfen nicht primär von Landwirten und harmlosen Verbrauchern von Verbrennungsmotoren, Ölheizungen usw. herausgepresst werden. Ich sage, wir demokratischen Völker der Erde verbieten jetzt unseren Staatsbediensteten und Militärs stattdessen jeden weiteren Krieg. Das können wir, versteht ihr? Wir sind die Demokratie. Wir verbieten ihnen Krieg und wir kneifen, wenn es denn sein muss, sämtliche nötigen Reparationszahlungen zuerst einmal von den ständigen Billionen Budgets ab, die wir an unsere gemeingefährlich gewordenen Wissenschaftler, Militärs und ihre Massenmedien verschleudert haben. Diesen kneifen wir es zuerst ab. Denn allem voran, diese unselig Verbündeten sind doch die Hauptverursacher ständig beklagter Klimakatastrophe. Ich bin Ivo Sasek, der seit 43 Jahren vor Gott steht. Ich bin Ivo Sasek, der seit 43 Jahren vor Gott steht. Ich bin Ivo Sasek, der seit 43 Jahren vor Gott steht. Ich von Ivo Sasek, der seit 45 Jahren vor Gott steht, in XYT nicht nur conveniently in 60 Jahren vor Gott steht, in meinem Sasek zack, das Nächste Kmpfe sich um Gerstendienste Kamp가� Bellaasiere,